Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Let's Play Armored Warfare mit dem T-72A, den ich euch heute zeigen will. Hierbei handelt es sich um einen Kampfpanzer und die T-Reihe ist ja allgemein sehr angenehm zu spielen. In der Regel gute Panzerung, ordentliche Wummen und wir schauen mal, was hier die Details dazu sagen. Natürlich ein Kampfpanzer eben. Verbesserte Version des T-72 mit weitgehend optimierter Panzerung. Neue Verbundpanzerung bietet erstklassigen Schutz des Geschützturms. Eine verbesserte Technologie verleiht dem T-72A bessere Zielerfassung. Ja, den T-72 haben wir ja schon mal gesehen auf dem Kanal. Jetzt also dann der A und mit 499 Schaden macht er echt ordentlich Wumms. Der Durchschlag 390 ist auch sehr ordentlich, aber eben alles zulasten von einer Nachleitzeit von 9,9 Sekunden. Trefferpunkte 1700 und die Höchstgeschwindigkeit 59,4. Da werden wir nachher sehen, das Ding ist nicht so mobil wie andere Panzer in dem Spiel. Aber genug der Worte, lasst uns loslegen mit Armored Warfare und dem T-72A. Wir sind hier Top-Tier, also Sechser und sogar bei uns eine Fünfer. Der T-72 ist wirklich nicht der schnellste Panzer, aber er macht es mit einer guten Kanone weg. Dementsprechend aber auch ein verhältnismäßig langer Reload. Und ich, ne, ich fahre da drüben hin. Deswegen drehen wir da nochmal um. Ich muss da rüber. Da muss ich rüber. So, querfeld ein durch die Prärie. Ich hoffe, dass die Runde jetzt mal besser läuft. Das ist jetzt, glaube ich, die vierte, fünfte Aufnahme. Liegt nicht daran, dass der Panzer schlecht ist, sondern dass das Matchmaking mich einfach wieder hart rollt und ich unglaublich viele Runden am Stück mit 0,10 verliere oder höher sogar. Also ich hoffe, dass da irgendwann mal noch was passiert. Also auch mit der Matchmaking-Überarbeitung gefühlt hat sich da nichts getan. Die Games gehen immer noch genauso eindeutig aus wie eh und je. Was macht denn er da? Sehr mutig, da so durchzufahren. Aber mein Schaden soll es nicht sein. Das waren die ersten 480 Schaden, die ich gemacht habe. Und dann nochmal der Nächste. So, diesmal aber nicht. Wir laden auf HE um. Jetzt, wo er zurückfährt natürlich. Die kommen schon da lang. Dann sind hier eigentlich recht viele Panzer. So, der hat gesessen, mein Freund. Nein. Oh, Artie. Natürlich. So, da kommt jetzt was Schnelles an. Der wird jetzt hier den Turm auf ihn drehen. Halt. Nicht den Schaden, den ich gewollt habe. Okay, jetzt ist er aber raus. Jetzt kriege ich genauso die Kanone nicht so hin, wie ich sie gerne gehabt hätte. Nun aber. Gar nicht so einfach. Wie man sieht. Jo, alles klar, Herr Kommissar. Der Typhoon hat sich jetzt dahinter positioniert. Ja. Der ist weg. Das heißt, ich kann da jetzt nachrücken. Ich versuche jetzt so zu bleiben, dass er nicht sieht, dass ich da komme. Also auf den MBT. Bin da jetzt aber... Ja. So. Auch wenn er einen guten Tarnwert hat, der bringt ihn am Ende nicht mehr so viel. Gibt's doch auch nicht. Na, erstmal warten, bis ich nachgeladen habe. So. Der kam jetzt sehr gut rausgefahren für mich. Also der hat jetzt schön das Laufrad gezeigt. Dementsprechend konnte ich da jetzt einfach den Schaden anbringen. Wenn jetzt einer mal links mitdrücken würde, dann wäre es einfacher. der ist weg. Und jetzt kann man weiterfahren. Stingray haut jetzt ab. Und endlich eine Runde, die mal siegreich enden wird. Und auch mit einem vernünftigen Schaden. Das ist natürlich noch schöner. So. Wie gesagt, auch bergab. Wenn er rollt, dann rollt er. Ja. Ah ne. Komm ich noch nicht drauf. Ja. Eine Zerstörung an dieser Stelle auch nochmal. Ja. Das ist diesmal eine solide Runde geworden. Gott sei Dank. Hab schon gedacht, ich kann mit dem Panzer nicht mehr gewinnen. Aber unterm Strich und das nochmal ganz klar auch gesagt. Der Panzer ist definitiv nicht schlecht. Aber wie gesagt, mir sind die Ergebnisse zu eindeutig. Auch hier 8-0 für unser Team. Ist auch nicht so, wie ich jetzt sage. Das war eine knappe Runde und ein knappes Gefecht. Sondern ja. Das glaube ich, ist am Ende schon sehr eindeutig für eins der Teams gewesen. Jetzt schauen wir mal was oder wie hoch die Belohnung in Form von Credits und XP am Ende noch war. Und wir sehen, oh ja, die war wirklich erfolgreich. Meisterschütze haben wir bekommen. Die Goldmedaille, höchste Reputation des Siegerteams und den Aufklärer. Also die war wirklich solide. 3.800 Schaden gemacht. 2.144 erspät. Und dementsprechend mit 2.446 XP auf Platz 1. Es war aber nochmal ganz schön knapp zu dem Leo. Weil der hat nochmal mehr Schaden gemacht als ich. Und hier die Details. 170 gab es raus. Ich glaube, für die Runden davor, die mich so kremeln haben lassen, hat mich die wieder entschädigt. Und euch hoffentlich auch. Deswegen bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. foram noch die Aufgerä Untertitelung des ZDF, 2020